Hallo und herzlich willkommen bei MIND Video Wissen in 100 Sekunden. Mein Name ist Elisa und heute geht es um Virtual Reality. Ob ein Flug über die Elbe im 360-Grad-Winkel oder eine Unterwasser-Käfigfahrt mit Haiangriff, wir alle haben sicherlich in diesem Jahr die eine oder andere Virtual Reality-Erfahrung gemacht. Dabei sind die 360-Grad-Videos auf dem Smartphone am einfachsten und kostengünstigsten auf Produktions- und Konsumseite. Ein simpler Aufsatz in Verbindung mit einer App reicht dafür bereits aus. Für die Vorteile der VR kann eine Formel aufgestellt werden, die wir hier mal Mini nennen. Memorable, Impactful, Novel und Immersive. Memorable steht für einprägsam. Unsere Gehirne sind so aufgebaut, dass sie sich prinzipielle Ereignisse besser merken können, wenn sie mit bestimmten Orten verknüpft sind. Impactful, zu deutsch wirkungsvoll, bedeutet, dass die Intensität von VR deutlich höher ist als diejenige traditioneller Medien, was letztlich einen größeren Einfluss auf das Entscheidungs- und Kaufverhalten des Kunden hat. Novel, neuartig, heißt, durch ein großes Interesse an VR von Medien und Öffentlichkeit können frühe Anwender der VR von einer noch nicht überlaufenden Nische profitieren. Und schließlich Immersive eintauchend. Nutzer, die sich in dem audiovisuell abgeschlossenen Raum der VR befinden, nehmen die Werbebotschaft durch die geringe Ablenkung von außen und das tiefe Eintauchen in die virtuelle Welt deutlich intensiver wahr. Mehr dazu wie immer im dazugehörigen Artikel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.